In diesem Video geht es darum, warum, zumindest nicht allzu schnell, ein gesetzlicher Mindestlohn durch die Politik durchgesetzt werden wird. Eins vorweg, in diesem Video ändert sich jetzt nicht allzu viel, also vom Bild her, deshalb könnt ihr einfach zum Beispiel in eurem Browser einen anderen Tab öffnen und im Internet währenddessen weitersurfen. Jetzt aber zur Frage, warum es eigentlich keinen Mindestlohn geben wird. Nun ja, zum einen ist es so, es gibt Wähler, das ist klar. Und wenn ich jetzt als Partei mit einem bestimmten Parteiprogramm werbe, zum Beispiel, wir werden einen gesetzlichen Mindestlohn durchsetzen, dann sage ich mal, werden alle die Menschen, die diese Partei wählen, die jetzt auf diesen gesetzlichen Mindestlohn angewiesen wären, das heißt, die eine zu geringe Bezahlung haben, um im Real Life, da sind wir wieder im Real Life, überleben könnten. Oder zumindest um gut leben zu können. Jetzt kann man natürlich sagen, da haben wir jetzt mal ein Beispiel, einfach jetzt mal einen Malermeister, der hat fünf Angestellte und er zahlt, oder er bezahlt schlecht, und deshalb können seine Angestellten schlecht davon leben. Jetzt geht diese Partei hin und sagt, Pech gehabt, lieber Malermeister, wir haben jetzt hier den gesetzlichen Mindestlohn, das heißt, du bezahlst deinen Mitarbeitern mehr. Jetzt kann dieser Malermeister natürlich einfach sagen, okay, ich zahle ihnen jetzt mehr und ich habe davon dann weniger Geld. Oder er wälzt das Ganze auf seine Kunden ab, das interessiert eigentlich letztendlich niemanden. Oder eben doch, seine Kunden oder ihn selber. Ihn selber interessiert es natürlich auf jeden Fall. Jedenfalls, angenommen, dieser Malermeister ist recht reich, und er sagt jetzt normalerweise, okay, zum einen gebe ich dieser Partei immer meine Stimme, und zum anderen bin ich der Meinung, dass diese Partei zum Beispiel eine kleine Spende von mir verdient hat. Jetzt sagt er aber, hm, diese Partei hat jetzt gesagt, ich möchte jetzt aber gerne meinen, oder wir haben jetzt einen gesetzlichen Mindestlohn durchgesetzt, den spende ich mal nichts mehr, und den schenke ich meine Stimme mal nicht mehr. Dann sind wir ganz schnell bei dem Punkt, dass die Partei die finanziellen Einnahmen wegbrechen. Gut, klar, es gibt auch Geld vom Staat, das kommt dann auch dazu, aber die Spenden, die fallen dann weg, zumindest von den reichen Leuten, und die etwas ärmeren Leute, die werden dann zum Beispiel sagen, wir spenden doch nichts. Und das ist dann genau der Grund, aus dem die Parteien auch kein Interesse daran haben, noch irgendwie, in irgendeiner Form, den Mindestlohn durchzusetzen, weil reiche Wähler sind einfach viel lukrativer. Ich sage jetzt nicht, dass es davon mehr oder weniger gibt, davon ist mal ganz zu schweigen. Aber vom reichen Wähler hat man spätestens auf lange Sicht mehr. Denn jetzt sagen wir mal, Partei XY hat jetzt den gesetzlichen Mindestlohn durchgesetzt. Jetzt haben also alle Leute, die vorher etwas ärmer waren, haben jetzt genug Geld zum Überleben. Ja, werden diese Leute in der Partei das noch danken? Wer sagt denn, dass diese Partei nicht bis dahin vielleicht in irgendwelchen Gebieten sich total verhauen hat, und dann die Wähler sagen, ja, ihr habt uns zwar den Mindestlohn geschenkt, aber das war es dann. Ja, dann hat die Partei letztendlich nichts davon, sie hat letztendlich kaum noch Wähler, weil die reichen wollen sie nicht mehr wählen. Die Armen, die haben vielleicht, oder das heißt die Armen, die eben nicht so reichen, die haben vielleicht eine ganz andere Partei, die sie viel eher interessiert. Und am Ende hat diese Partei dann kaum noch Wähler, und dann schmiert sie eben ab. Und genau das ist dann das Problem der Partei. Und deshalb interessiert die Parteien es eigentlich überhaupt nicht, einen Mindestlohn durchzusetzen, weil die Politiker haben Geld genug, und die Putzfrau, die bei ihnen im Büro reinigt, oder, Entschuldigung, die Fachreinigungskraft, die interessiert die Politiker natürlich genauso wenig. Okay, ich hoffe, dieses Video hat mal ein bisschen erklärt, warum der Mindestlohn nicht allzu schnell kommen wird, und warum er nicht allzu schnell darauf zu hoffen ist. Und das war es dann eigentlich auch schon wieder mit diesem Video zum Thema Mindestlohn. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, auch gerne ein Abo dalassen, und wenn ihr noch Fragen oder Anregungen für neue Videos habt, dann einfach einen Kommentar schreiben.